Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haven. Wir sind jetzt hier quasi in den Sumpflanden, würde ich mal so sagen. Und wie es aussieht, kommen wir hier nur mit diesem wunderbaren Ding hier runter. Hier unten sieht es auch wirklich schon sehr sumpfig aus. So. Wo ich eigentlich am ehesten hin möchte, ist nach da oben. Und da kommen wir über diesen Weg hinauf. Möchte ich einmal uns heilen. Und einmal. Okay, um. Möchte ich. See ya. What's that you're humming? It's the Hornet song. Ever heard of it? No. We used to sing it all the time at home. Hornet, Hornet, you're a gasp. We'll rip off your wings and stick them up your... Hornet, Hornet, you're a gasp. Wow. Sounds like there were a bunch of would-be anarchists at the home. Yeah, at the time I thought I was referring to the bugs. Oh, an accidental bad boy. Too cute. Laugh all you want. And I'm sure you were a big-time rebel, too. I really was. I had baby teeth when I ran away from home for the first time. Not that I went very far. I packed a bindle and tried to hitch a lift at the spaceport. Except it was our private spaceport, so my mothers weren't exactly worried about my next move. They were staring at me through the window, laughing. And then? Well, after a while, I guess I got bored and I came home. By myself. Like a big girl. Fug life. You know it. Let's just call it a dress rehearsal before the big debut. But this time, my chances of going back home are pretty slim. Even if you really, really, really get bored. I'm counting on you to entertain me. Come on. We're just missing a few things. So. Gut. Unsere Gesundheit ist auch wieder... ...voll. Ja, das wiederholt der jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob es dann hier irgendwo noch weiter geht. Ich hoffe es natürlich. Jetzt ist es cool. Und ich glaube, dass es auch so sein wird. Ja. Direkt die Insel gesäubert. Döhrchen! Ich weiß nicht mehr, ob das das Wichtigste war. Selbst wenn... ...hätten wir es jetzt verkackt. Okay. Dann war es auf jeden Fall zu gut. Einmal... Wie es einfach mal wieder nicht klappt. Aber jetzt. Ist ja auswärts hier mit der Musik. Braucht mir echt, was das gerade ist. Also ich selber... ...hab eigentlich nichts anderes eingestellt. Aber solange die Aufnahme läuft, ist mir das regelrecht... ...wumpe. Würde sie nicht laufen, würde ich mir Sorgen machen. ... Their loss? Our win. What? Are you thinking about keeping it? Why not? It'll be more useful in the nest. What are you going to use it for? I was thinking, tea? Yeah, alright. Eine Teekanne. Okay. Was man hier alles findet, ne? So, ich möchte allerdings noch nicht weiter. This is going to feel real good in our batteries. Ich gehe jetzt mal wieder nach unten. Denn hier unten gibt es noch was zum Sammeln. Oh Gott. Und zwar die Dinger hier hinten. Von denen hatten wir bisher ja relativ wenig. Und die hätte ich gerne. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwo was? Ja, da hinten. Gut. Dann können wir jetzt weiter. Ah ne, da ist auch noch was. Aber jetzt können wir hoch. Hier ist noch Rasselfeffer. Nicht darunter. Und jetzt einmal über die nächste Brücke. So. Der. Kinodon. Von hier aus geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Ich weiß allerdings immer noch nicht, warum es so enorm hakt. Deswegen werde ich einfach mal bis auf die normalen Stimmen einfach mal runterdrehen. Weil es nervt mich, wenn es dann halt immer ausgeht, die Musik. Dann lieber etwas leiser. Jetzt wird ständig ruckeln. So. Okay. So. Es wäre schön, wenn Kay hier auch langsam mal wieder was treffen würde. Aua. Noch einmal. Sehr schön. Und geschafft. Und das ohne roten Verlust des Lebens. Hier sind auch wieder diese komischen Hupaa. Kreis. Akide. Dingens. Kirchen. Wie auch immer man sie ausspricht. Hier ist auch wieder eins. Wir brauchen aber dennoch unbedingt wieder was zum Aufladen. Na wo? Wo können wir sie aufladen? Ich habe jetzt ja zumindest hier auf der Insel noch nichts gefunden. Hinten. Da hinten. Das ist gut. Näh. Ob ich sie denn irgendwann mal automatisch hinkriege? So. Ich hatte unten sogar noch was übersehen. So. Hier können wir wieder was einsammeln. Aber es muss doch hier irgendwo noch mal ein Teil fürs Schiff geben, oder? Man kann doch nicht sein, dass wir hier einfach nichts finden. So. Oh. Lassen wir mal kurz durchdrehen. Und noch einmal. Okay, das wäre jetzt nicht ganz so. Ja. Das war schon besser. Wunderbar. So, da oben ist noch Rost. Den entfernen wir auf jeden Fall. Den entfernen wir auf jeden Fall. Wenn wir in die richtige Richtung schweben würden. Ich lerne das aber nicht mehr bis zum Ende des Spiels. so. Dann aber hier hin. Ähm. Hier ist noch was. Und... Und noch? Sonst sehe ich ja eigentlich gar nichts mehr. Achso, ja doch, da oben. Aber... Glaube ich nichts. Man entfernen kann. Hm. Ach, vielleicht das letzte Monster da hinten. Das könnte möglich sein. Wir versuchen es einfach. Wenn es nichts wird, müssen wir jetzt weitersuchen. So, Tachchen. Hör auf, sie zu heilen. Das bringt dich auch nicht weiter. Das ist nicht auf Dauer. Ah, das war das Falsche? Ja. Huch, ich glaube, es ist super. Fischüss. So, okay. Die Insel ist aber immer noch nicht gesäubert. Hm. Es muss denn ja irgendwo da oben noch was sein. Aber wo? Das ist halt die Frage. Wenn es wäre schon ziemlich mies, wenn es da jetzt oben drin wäre. Aber darunter komme ich nicht. Das Ding führt da nicht hin. Hm. Also, ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo es noch so ein Ding sein sollte. Oder? Und jetzt auch nichts. Gut, ich mache die Musik erst mal aus. Das ständige Ruckeln nervt einfach. Oder dann schweben wir jetzt hier einfach ohne Musik lang. Ist dann halt so. Also, beim besten Willen weiß ich nicht, wo jetzt hier noch was sein soll. Ich habe hier jetzt nun wirklich alles abgesucht. So, da weiß ich ja, wo das Ding hinführt. Aber da oben war ja auch nichts. Das hier? Wofür das hin? Wahrscheinlich einfach nur zu dem Erinnern, was wir vor unterbrochen hatten. Ja. Ja. Hier ist aber sonst nichts mehr. Hier sind ja nicht mal mehr Gegner. Was soll denn jetzt hier noch sein? Da oben ist auch nichts. Oder habe ich ein Monster übersehen? und ein Monstervieh. Und ein Monstervieh. Wer sonst? Äh, dem hier haben wir geholfen. Dem anderen haben wir auch geholfen. Dem hier auch. Wir haben noch alles. Ja gut, ich, äh, weiß jetzt auch wirklich nicht weiter. Dann gehen wir einfach zur nächsten Insel. Dann haben wir tatsächlich mal eine, die nicht fertig geworden ist. Jo. Machen wir den Kampf hier auf jeden Fall noch. Ist ein bisschen blöd ohne Musik, finde ich. aber ich weiß halt nicht, warum das die ganze Zeit am Stocken ist. So. Na komm. Mach deinen Eingriff. Okay. guck einfach zum nächsten Mal, ob es wieder geht. Deswegen werden wir jetzt hier eigentlich auch mal kurz beenden. Und werde dann einfach zum nächsten Mal das ganze Ding neu starten. Dann werde ich einmal ganz kurz zurückgehen. Vielleicht finden wir dann auch das andere. Und ja. Hier sehen wir uns hier beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder.